Willkommen liebe Leute zum neuen Part von Let's Play Mario Party 2 an der Stelle hatten wir das letzte mal aufgehört und Yoshi ist jetzt am Zug und wir sind sehr gespannt was Yoshi würfeln wird so also das kassier war eine jasse in den ersten paar aussehen das ist wenn ihr euch an den letzten Part erinnert ja damit ein Spielbrett angefangen mit dem jetzt eben weitermachen wir können Münze stehlen das machen wir jetzt einfach Wasserstoff an und zwar stehlen wir Münzen äh gott die haben da hier Pietz die hat am meisten hoffentlich bringt er uns mehr Münzen als er kostet sonst wäre das geschäft ein bisschen blöd ja cool 21 ja fragt mich an was der typ eigentlich so gewinn macht ist okay 38 dritter wenn zufrieden bin als jemand in spressen ein bisschen weiter nach vorne katapultiert das ist gar nicht mal so schlecht das macht mario wieder so ein item mini game kann man schon bin ich mal gespannt was er auswählen wird also falls es bisschen müde klingen aber ich habe eine anstrengende woche hinter mir paar schulaufgaben extra verrate alles jetzt mal zuerst handel zerletzen das wissen wir ja aber das ist jetzt halt die oberdefinition von ätzend als ätzend ätzend hier so was dazu ist auch falls die videos halt eher so inaktiv kam tut mir leid tut mir leid der driver interessant ist jetzt von mini game eigenes interessiert unser tanziell nur die steuerung am ruf sam und was hat er da 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 ok was wir bekommen also probier mal aus und sagt look hier ah ich kapier es halt das heißt wenn ich hier langsam kompletten um wie schnell war das dunkelkong alter was der heck ist aber doch nicht mal die hälfte so und dunkelkong instant alles hier ja cool und damit habe ich wieder meinen beliebten vierten platz ist immer so in mario kart also das spiel mob mischen keine spüren glaube es aber vielleicht habe ich jetzt noch mehr glück wer was ich das also dieses meeting weiß es nicht lass es mal aus weil möchte ich keine 20 ausgeben ich hatte vielleicht was haben müssen wo es um stern geht um hier mein weg zu bauen aber doch ich habe das handel sei gar nicht mal so es lässt battle minigame sagt das hatte mario bisschen was da geht es darum wer es 40 40 münzen bekommt da muss man sich jetzt erst konzentrieren und das gut zu machen macht ja auch sinn so also ich glaube das ist so ätzend hier ja wasser sein steuerung steuerung okay es ist so ist es geht es geht es geht dann wäre es maus hoffen wir auch das muss hinbekommen natürlich das ist ja klar ich habe hier nicht ich habe gewonnen mit mario nein als ob wenn sich dieser metall müssen hier verpisst es mario aber cool ich habe immer mal gewonnen ich bin ja trotzdem als ob es ist ja einfach bei diesem size kax der andere ja cool jetzt wandert die heiße wieder hier rum hex hex oder ist der nächstes dann ach du scheiße wer ist denn nur die richtung gegangen verdammt verdammt das kann sehr mies für mich ausgehen und irgendwas sagt mir das ist auch wie es für mich ausgehen wird dann kapiert halte einfach nur eine klappe 25 ist klar natürlich nehmt die mir jetzt 25 münchen hier weg ach die können mich mal hier ganz ehrlich das ist so ätzend hier ist bekommen doch eine krise also dieses bruch mario party ist der stört freundschaften das stimmt wirklich und zwar wirklich stimmt der der stört verdammt immer freundschaften bestes beispiel hier es upsala es stört die einfach aber okay es war eine party was aber anders machen wir hefte akzeptieren das so ja komm das machen wir es einfach ja ist okay hallo ja ja es ist einfach nur starten gut so los geht's ja ja kweil ich will ich fachs ah ich müsste mal kurz üben sorry die kostet ich glaube ich war falsch ich 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 komme das bekommen auch im live so fahrer waren los geht's ich bin gespannt wie inwiefern ich mich tatsächlich schlagen werde ich will nicht hier praxis alter ist das jetzt praxis nicht weiter üben so jetzt hat oder bin ich jetzt drin gut das hochhalten was die welt auch hoch hält lol alles klar wir haben alle drauf reingefallen sind hier lol ja gut kann man ja mal machen ne so jetzt haben wir wir kommen das kurzen und die krise zugleich mamma mia mamma mia es ist ja grad am zuge und ja haha ich bin gespannt ich denke ah da kann man so fünf nuchkrossen quasi speisern oh 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 da gibt's beef ah it's a browser so auch da kann man das hustern wann man es erst bis ab den dritten teil überspringen kann was ich natürlich sehr schön finde aber was soll es muss man akzeptieren ja sie nein ja als ob der tipp kann es mal wieso muss das ganze game ist so krass nerven danke kong kassel will eigentlich was nimmt jetzt hier alle meine scheiß münzen weg so was nervt doch alter es macht dann auch kein glücksspiel mehr wenn ein alle die verdammten münzen wegnehmen ich mach doch dann eigentlich nur spaß aber okay es ist ein game es ist ein game muss man akzeptieren esto kских nsch ich muss damals nur aus den bild zu mir raus verpissen und wie in dem fall einfach gewinnen als opc mario und jossi gewonnen haben wir nicht der einzige bin der eigentlich noch da ist aber okay ich hätte nicht so ich habe 14 münzen ein bisschen weit hinterher weil es mal einfach übel ausgebeutert werden das macht doch so einen großen fangen deshalb liebe ich das geben auch so sehr nicht mal hilft nicht so ein run zu machen jetzt noch was ja jetzt kommt schon wieder so zwei münzen weit irgendwie es ist und ich glaube es wird diese party da nicht gewinnen irgendwas sagt mir das ich habe ja auch noch theoretisch ein alter war kein teil wie er hat eine fliege total war kein paar wie man das einsetzt das ist so gut war nein was nicht aber es ist eine sache jetzt hat er das geld verloren der piz bekommen 3 plus und auf dem druck gekommen bin ich eh sauer weil er mich vorhin so krass betrogen habe ja alles geld geklaut hat aber sonst ein mini gemahler nach mario was ist der rest jetzt kommen auch diese versus games die kommen einfach irgendwie nie ob das jetzt zufall war oder nicht kann ich nicht sagen einfach mal praktischen das holen wie es geht das maß ihm aber ein neues games der typ darf einfach nur nicht auf mich drauf holen so wie es gerade gut zu wissen gut zu wissen ich würde das machen hier er sagt ja definitiv start wir können anfangen ich bin gespannt los geht's los geht's los geht's los geht's der kann auch überall sein diese messe ich darf mich als erwarte ja das wenn ich so schön nein da kommt irgendwelche hand sind für den sachen ist hier noch zu überleben das haben wir sehr gut gemacht gut haben auch genug mundschlangen also ich muss sagen dass ich mich definitiv von vierten weiter nach oben verbessern und da geht es dann im nächsten part weiter macht's gut Leute bis zum nächsten mal und ciao